Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich wollte mich schon mal im Vorhinein entschuldigen, falls ihr es bemerkt habt. Ich wollte ja heute um 14 Uhr streamen, jetzt ist es 17.03 Uhr und ich schaue die Tracking-ID. Also ich habe heute den ganzen Tag auf den Postboden gewartet. Schaue jetzt um 17 Uhr, Punkt 17 Uhr eigentlich, schaue ich nach der Tracking-ID und sehe, vor zwei Minuten wurde mein Paket zugestellt. Eigentlich hätte es um 11.30 Uhr wie sonst auch kommen sollen, aber jetzt ist es da. Hier haben wir das Ding, die Dave's Gone Special Edition. Die habe ich mir bestellt, die US-K-Version. Ich hoffe, es ist nichts geschnitten. Und wenn ihr dieses Video seht, werde ich dann heute Nacht wahrscheinlich um 0 Uhr den Livestream starten. Ich werde aber vorher nochmal eine kleine Premiere oder eine Ankündigung machen, wann ich denn wirklich loslege mit dem Stream. Und ja, weil ich muss das ganze Zeug erstmal runterladen. Und schaue wir mal rein, was wir in dieser schönen Box drin haben. Also was man wirklich sagen muss, ich komme hier ein bisschen rüber, damit ihr es besser seht. Das ist das Logo und es fühlt sich komisch an. Es hat so eine Art wolligen oder also irgendwie so einen stoffigen, es fühlt sich ein bisschen stoffig oder rau auf jeden Fall an. Schauen wir einfach mal rein, was wir hier haben. Hier haben wir eben den Pappschieber und ich zeige euch erstmal das hier. Das ist das Steelbook. Sieht so aus. Innen drauf könnte ein Aufnäher von der Jacke sein, die der Hauptprotagonist trägt. Und hier haben wir einen Code, den muss ich natürlich erstmal kurz entfernen. Wofür auch immer der sein mag, keine Ahnung. Dann noch eine kleine Anleitung. Und dann haben wir hier das Spiel inklusive Musik. Also hier haben wir die Musik. Und hier haben wir natürlich das Spiel. Dann haben wir hier noch dieses kleine, nette, süße... Oh, okay, okay. Ich sehe gerade hier, ich wollte dieses Artbook anschauen und dann sehe ich hier diesen Zettel. Warnung. Enthält Spoiler. Nicht öffnen, bevor die Story abgeschlossen ist. Also in diesem kleinen, süßen Büchlein. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind. Vielleicht 50 oder so. Sind Bilder drin. Von verschiedenen Sachen. Ich zeige es euch jetzt mal nur so halber. So, mehr möchte ich gar nicht zeigen und mehr möchte ich auch selber gar nicht gucken. Weil natürlich dieses... Diese Warnung mir doch dann schon im Gedächtnis bleibt. Auf jeden Fall, das ist die Special Edition. Ansonsten ist da gar nicht wirklich viel mehr drin. Aber immerhin etwas. Und ich denke, es macht sie schön. Ich hätte natürlich auch noch gerne die Figur, aber die ist mir dann doch schon ein Stück zu teuer. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim Livestream. Heute wahrscheinlich gegen 0 Uhr, vielleicht auch schon früher. Ich werde es auf jeden Fall ankündigen. Per Video einfach. Oder per Premiere. Und ja, dann sehen wir uns. Bis dann und tschüss.